ich weine euch das macht süchtig und zwar hier so eine art leather man steht keine marke drauf aber vielen dank an den freund der mir das geschenkt hat das ist eine zweihandversion hat auch wie das ganze den bit adapter also feine sache dann hat der freund mir noch an einem stück eisen geschniedeten stück zwei löcher reingemacht so dass ich jetzt eine wicklung hier anbringen konnte habe ich eine art kiridashi macht richtig spaß damit kleine arbeiten zu machen oder auch mal ziehende schnitte mit richtig viel druck und an dennis vielen dank für die literatur mich richtig gefreut auch den artikel über türk wangers neuen prototypen zu sehen und hier das ist ja voll mein stil ich liebe so was wie man aus schleifsteinen sich so eine gehrungslehre bauen kann also ganz tolle sache vielen dank leute freu mich total und ja kartoffeln sind jetzt auch die kartoffeln sind gar und damit sage ich vielen dank und tschüss leute und ich ich Ein riesiger Regenbogen und während eines Gewitters hier über Karlsruhe, Dorlach, Dorlachau über dem Geigersberg, weil die Sonne jetzt eine Viertelstunde vor dem Untergang ist. Das ist so krass. Das ist der Hammer. Ein mega Kontrast. Oh Mann, Leute. Ich habe selber in meinem Leben noch nie gesehen. Der leuchtet so Neonfarben. Das ist so krass. Und tschüss, Leute. Das ist so krass. Jetzt wird es so krass. Wiener Julian Ahlова Deseimbaut Deseimbaut Untertitelung des ZDF, 2020